Die Entwicklung des automatisierten Fahrens bringt viele neue Technologien hervor, die einzeln einen Kundenmehrwert für Fahrassistenzsysteme bieten. Die Funktion ATC mit Ampelerkennung unterstützt den Kunden bei Ampeln und Stoppschildern. Das bringt dem Kunden mehr Komfort und Sicherheit. Lassen Sie mich die Funktion anhand des heutigen Systems ATC Stop & Go erklären. ATC Stop & Go nutzt leistungsstarke Radarsensoren, um auf das Vorderfahrzeug zu regeln – komfortabel und sicher. Zudem kann ATC Stop & Go bereits heute die Geschwindigkeit mittels Navi-Daten und GPS-Daten vorausschauend regeln. ATC mit Ampelerkennung ist die Weiterentwicklung dieser Level-2-Funktion. Kamerasensoren erfassen das Umfeld, maschinelles Lernen und ein leistungsfähiges Backend kommen zum Einsatz. Denn es geht nicht nur darum, Fahrzeuge und Geschwindigkeitsschilder zu erkennen, sondern auch Ampelssignale zu interpretieren, um die Geschwindigkeit vorausschauend optimal anzupassen. Mit dieser Demo geben wir eine Sneak-Preview auf die Weiterentwicklung der ATC Stop & Go-Funktion, auch im urbanen Bereich. Die Serienfunktion kann mit der Hardware, die in diesem Fahrzeug verbaut ist, dargestellt werden. Pluck-in-Hybrid-Electric-Vehicles – in short PFs – contribute to zero-emission urban-mobility. Das ist ein wichtiger Punkt, um die Lebensqualität zu verbessern. Aber wie können wir unsere Kunden zu benötigen, den vollen Potenzialen der Fahrzeuge haben? Die Antwort ist E-Drive-Zone und BMW-Points. Die zwei Funktionen wir arbeiten an, und wir werden unsere BMW-Plug-In-Hybrids step-by-step, starten in 2020. Mit der so-called Geofencing-Technologie, we define areas in which the car is traveling in the electric-driving mode. When entering such an area, for example a zero-emission zone, the vehicle ultimately switches to purely electric-driving. No additional action is required by the driver. This way, we improve the air quality in the cities and help our customers to reduce the car's operational costs. A win-win situation for everyone. Furthermore, with the introduction of BMW-Points, we will give our customers additional incentives for electric driving. In combination with the E-Drive-Zone function, BMW-Points playfully supports our customers to increase their electric-driving share. You collect points for all electrically-driven distances. With in-app challenges, we encourage our customers to exploit the full potential of their electric drive. A typical challenge, for example, is to charge your car every morning and doing so, you earn additional points. And the best of all, for the points, you redeem rewards. Typical redeems will include free-charging packages from ChargeNow and, perspectively, packages from Chernow, Parknow and the BMW-Connected store. In a nutshell, the new technologies help our customers to increase the electric-driving share in a playful way and to improve the air quality in the cities.